Jo, sind wir schon bei der zweiten Runde bei GoNome. Genau, und wir haben hier einen Zettel an dieser Bietwand stehen. Sam, lass nicht immer das Licht im ganzen Haus an, bist schlimmer als deine Schwester. Daniel hat nochmal angerufen, will sein Nintendo-Spiel zurück. Daniel hat angerufen. So, streng formulierter Brief. Ah, okay. So, dann kann man hier nochmal reinhuscheln. Ja, ist überall, sind die Fernseher an hier? Ich weiß auch nicht, oder? Ein bisschen Licht anschalten hier. Jawohl, hier haben wir noch eine Kassette, wollte ich sagen, genau. Das sind echt geile Songs, muss ich sagen. Aber ist euch das mal aufgefallen? Das unten hier war auch kein Gerät drin, hier ist auch kein Gerät drin. Irgendwas fehlt auf alle Fälle hier. Jetzt nochmal dieser begebbare Kleiderschrank. Hier kann man dann den Kot eingeben, aber wir haben ja nur einen Schnipsel davon. So, man kann sich auch ducken übrigens und dann hier unten durchs Bett gucken. Und dann kann man das lesen, genau. Gehen wir mal hier raus. Was haben wir hier? Oh, wo ist denn der Lichtschalter, Leute? Der Lichtschalter. Gibt's keine, oder was? Die ist auch im Rucksack, da kann man auch mal lesen. Notiz lesen, hey Sam, möchtest du Schule, ähm, Bob Wittchen, ein Kolosseum ansehen? Zu manchen Notizen sagt sowas, zu manchen auch nicht. Jetzt sehen wir nochmal ein WC. So, Moment mal. Oh, warum ist ja nicht so dunkel auf dem Gang, Leute? Hier ist auch noch so ein Brief, guck doch mal. So, okay, die Mom und Dad wollten dir eigentlich für den Sommer das Gästezimmer herrichten, aber du bist so kurzfristig nach Hause gekommen und sie waren nicht hier und es ist noch zu tun. Du kannst mein Zimmer benutzen, wenn du willst, ich werde es nicht mehr brauchen. Okay, also auf alle Fälle können wir hier das Zimmer benutzen. Ja, was muss man halt wegen herrichten, ne? So, hier haben wir noch, ähm, oh, ich seh nix, ey, vom Bild her. Was steht hier? Selbst Dunkelkammer, wenn nochmal die Lichter ansehen, kein Zutritt. Ah, okay, Zutritt verboten. Irgendwie seh ich ja trotzdem nix verlautert. Licht, oh, hier ist noch eine Türe. Da haben wir noch so einen kleinen, ähm, Raum hier. So, was haben wir hier noch für einen Raum? Noch so ein kleiner Abstellraum, oder was? Ah, ich seh nix. Scheiße. Genau, also hier kann man alles erkunden, man muss alles lesen und gucken. Und, ähm, also das, äh, geht nicht lang, das Game, aber dadurch mal alles lesen muss und hin und her und hast das gesehen, dadurch, ähm, dauert es ein bisschen, ne? Zieht das ein wenig hin. Es gibt Geheimfests, habt ihr gesehen. Die sind dann auch irgendwann hier angekreuzt, je nachdem, was man dann liest und findet, dann wird man so einen kleinen Hinweis, kriegt man da dann. Ja, ja, und, ähm, ich find's eigentlich ein schlechtes Game, muss ja nicht mal Action sein. Kann ja auch mal ein wenig was ruhigeres sein, ne? Find ich ganz gut, eigentlich. So, was haben wir hier noch für eine Türe? Schlafzimmer, genau. Das ist auch ganz schön hier, die Hollybibel, die findest du öfter mal im, äh, im, im Haus, ne Hollybibel. Guck mal, hier sind auch überall diese, diese Schubladen hier auf, was ne Ahnung los ist, he? Entweder sind die hier geflüchtet oder keine Ahnung was, ich weiß es nicht. So, auf alle Fälle gibt's hier noch einen Geheimgang. Aber das wird jetzt hier gar nicht angezeigt, seh ich grad, ne? Nee, der Geheimgang geht dann woanders auf. Okay, das siehst du hier nicht, gut, okay. Oder war das hier? Nee, hier war das nicht. Schade, nee, gut, schade. Es gibt nicht noch einen Geheimgang im Keller, aber das ist hier nicht, das ist ein späterast. Ich geht nach den Flitterwochen den Partner wieder entdecken, charakterlich, geistig, sexuell, jawohl. So, also baden könnten wir, aber reinsteigen nicht. So ist nicht schlecht, wie gesagt, ne? Man muss halt alles mal gucken hier. Alles was aufgeht, anklotzen und hin und her und hast nicht gesehen. So, Zornbürster, Pflaster haben sie viel, wie man sieht. Die verletzen sich wahrscheinlich oft hier. Nee, der Geheimgang ist jetzt gar nicht offen, schade, ne? Weil neben dich hier ist eigentlich noch ein Geheimgang. Aber den siehst du bloß. Technik für Aquarval, äh, Aquarelltechnik. Äh, Aquarellmaligen meine ich. Den siehst du nur, wenn du dann diesen anderen Raum erfasst, siehst du? Das ist interessant. Gut, dass wir es nochmal... Ich sag, ich hab's halt gestern schon mal gespielt. So eine Stunde ungefähr und da bin ich ja doch schon ein bisschen weitergekommen. Und auf alle Fälle, es ist irgendwo noch hier noch in ein Loch an der Wand. Da kann man dann nämlich noch den zweiten Schnipsel oder den dritten oder irgendwas. Ich weiß es bloß nicht, wo das war. Na, ist egal. Jedenfalls kannst du dann die Kombination geh dann da für diesen, äh, Spinnentier aufmachen. Da liegt ein Schlüssel drin. Und damit kommst du auf alle Fälle in den Keller. Aber wie gesagt, man muss erst mal alles lesen. Und hast du nicht gesehen. Und hin und her. Und dann geht das nämlich seinen Gang. Oder war das hier? Nee. Hier war das nicht. Egal. Wir gucken mal wieder runter. Haben wir ja noch ein paar Minuten Zeit. Aber so ist es nicht schlecht, wie ihr seht. Es ist eigentlich, ähm, ja. Erkundungstor kann man halt machen hier, ne? Ist halt immer was anderes. So, hier haben wir aufgemacht. Genau. So, hier haben wir noch etwas mit Schulranzen. Gucken wir mal noch an. Willkommen, neue Schüler. Wir hoffen, du bist genauso gespannt, wie ich. Oh, mein Gott. Das Psycho-Haus-Girl. Das Psycho-Haus. Oh, gut. Die nennen das hier das Psycho-Haus, okay. Ach, hier ist eine Postkarte, genau. Paris. Hi, Mama und Dad. Ich bin in Paris. Ich habe viele, ähm, praxismäßige Sachen gemacht. Zum Beispiel, Le Bütte, Juniur essen und ein Beret tragen. Ich werde jede Menge Fotos haben, wenn ich wieder zurück bin. Sam, ich bring dir was von Shakespeare und Company mit, weil du meine Lieblingsschwester bist. Aber ich liebe Kate. Die Postkarten liegen auch hier rum, alle von mir. Keine Ahnung, wie sowas da los ist. Sehen wir noch ein paar Karten. Okay. Einlegen. Hier ist ein Nachruf. Auf Oscar, Maasen, 60, aus Bonn. Im letzten Monat friedlich in seinem Haus verstorben. Mr. Mason war da am 8. September 1933 in dem Haus geboren, in dem er auch den Rest seines Lebens verbringen sollte. Schon in jungen Jahren machte er seinen Abschluss in Pharmazie und kehrte nach dem Studium nach Bonn Country zurück. Schon bald wurde er eine viel geliebte Person des öffentlichen Lebens. In den Jahrzehnten von seinem Hinscheiden sah man ihn nur selten sein Haus verlassen in der Fürst mit dessen Kursch oder Krusch oder irgend sowas. Wird an diesem Sonntag um 13 Uhr eine öffentliche Gedenkfeier stattfinden. Alle sind herzlich eingeladen. Er hinterlässt unter anderem seinen Neffen Terence Trinbeer sowie im Geiste die Menschen von Bonn Country, denen er so viele Freude und Wohlbehagen gegeben hat. Ihr wisst doch Bescheid. So, hier haben wir noch ein Foto. So, entweder ist das Sam oder ich weiß es jetzt nicht. Warte mal, da steht aber was drauf auf dem Ding. Ja, das sieht man nicht. Sieht man nicht. Okay, jawohl. Also hier kannst du echt viel entdecken, gucken und tun. Vielleicht zog es mal noch bis zum Ende. Mal gucken, wie ich Lust habe. Auf alle Fälle habe ich ja jetzt hier einen neuen, ohpula. Ich habe ja jetzt einen neuen Bad angefangen. Also ich meine, Neuski, da muss ich ja nochmal anfangen hier, ne? Auf Deutsch. Ich meine, da muss ich ja nochmal klotzen und hin und her. Und hast du nicht gesehen. So, hier sind wir auf alle Fälle. Wo sind wir hier? Babas Arbeitszimmer. Okay. Formular. Versicherungs-AG. Okay. 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 Meine Güte, Donner, ist das hier. Ist nichts drin. Das kann man nicht lesen. Okay. Und wenn der Lader kann ich anschalten, das ist schön. Haha. Komm raus. Perfekt. So, hier haben wir noch einen Schreibtisch. Schönes grünes Licht. So, okay. Manchmal sieht man auch, was man angucken kann, was nicht. Das ist dann ein bisschen hervorgehoben. Nicht wie diesen Aktenordner, aber es ist eigentlich bloß ein Aktenordner. Ne, das ist ja das so dunkel hier. Ach so, ist besser gleich, gell? So, hier ist nichts drin. Okay, was haben wir hier noch? Ein Glas. Was haben wir hier? Grashügel. Blatt gewalzt. JFK von HBO aufnehmen. Okay. Chinesischer Barnisch. Aha. Also die Eltern sind auf alle Fälle hier outdoor. Das habe ich mitgekriegt schon. You can do better. You can do better. Du kannst es besser. Und, uh, ja. Papier anziehen. Was haben wir hier? Hintergrundbeleuchtung, Beidseits abspielen, Kopfhörerausgang, Display an und aus. Mhm, 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 okay. Ja, fein. Ach so, hier müssen wir eine Kombination finden. Perfekt. So, okay. Haben wir jetzt hier schon alles angeguckt, ja. Gehen wir hier mal rein. Ach, hier gibt es, glaub ich, diesen Geheimgang. Moment mal, ich guck mal schnell, ob das hier ist. Genau, hier hinten ist das nämlich. Nee, nicht Geheimgang, da geht die Tür auf. Warum geht das jetzt hier nicht? Oder geht das erst, wenn ich die Notiz lese oder was? Wahrscheinlich, gell? In der Bibliothek, oder? Ja, genau. Auf alle Fälle, ähm, geht hier hinten dann mal noch was auf. Aber das ist jetzt im Moment, geht das nicht. Vielleicht muss ich das erst entdecken. Was ich, ähm, entdecken soll halt, ne. Sage ich mal so. Das kann natürlich sein. So, jawohl, perfekt, Leute. Also ich würde sagen, das müsst ihr euch mal an. Gutes Spiel, so schlicht ist es jetzt gar nicht. Und, ähm, es ist einfach mal was anderes, mal was ruhiges. Gelassen. Jo, was möchte ich jetzt hier mit beenden? Äh, äh, verlassen, meine ich. Also verabschieden. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Es gibt auch noch ein zweites Game des Monats, aber das lädt leider noch. Das dauert ein Stückchen, ehe ich es dann hochlad. Juh, dann würde ich sagen, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao, viel Spaß damit. Vielen Dank.